Holy Rue, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon, was? Böse Nachbarn. Ähm, ja, wir sind in der ersten Staffel. Ähm, und, ja, machen gleich die erste Folge, würde ich sagen. Und ich würde mal sagen, wenn wir jetzt irgendwie nur drei oder vier Minuten oder so in der ersten Folge verbringen, dann würde ich sagen, machen wir noch eine Folge. Ähm, so, weil das wäre sonst echt kurz. So, auf die, auf die, auf die, weiß ich nicht, so 12, 13 Minuten oder so, am besten 15 Minuten würde ich schon ganz gern kommen eigentlich. So eine Part würde ich schon machen. Ja, doch. Gut, machen wir der erste Streich. Tipp, Sie müssen nicht alle Streiche einer Folge finden, um diese zu bestehen. Ja, wir brauchen hier zum Beispiel nur 50% und haben eine Zeit von 5 Minuten, okay. Der Nachbar ist kein angenehmer Zeitgenosse, das werden Sie schon noch herausfinden. Sitzt er einmal zufällig ruhig in seinem Sofa, ist das die große Ausnahme und die bestätigt, ja, bekanntlich die Regel. Aber vielleicht hält er ja nur so still, um seine Umgebung ungestört beobachten zu können. Wudi gefällt das jedenfalls überhaupt nicht. Und so schaut er mal beim Nachbarn vorbei. Alles klar, wir haben vier Streiche. Okay. Okay, wir müssen davon nur prinzipiell zwei machen. Das ist gut zu wissen. Gucken wir erstmal, was wir hier uns alles so holen können. Okay, wir können auf jeden Fall schon mal hier rein, um das Furzkissen zu holen. Wir können ins Badezimmer, okay. Klopapierhalter können wir nichts nehmen, aber wir können in den Medizinschrank, okay. Und haben Superkleber. Dafür brauchen wir bestimmt Edding. Also hierfür brauchen wir das Furzkissen, schätze ich jetzt mal. Fernsehantenne können wir auch ausmachen, wie es scheint, okay. Dann spielt sich alles nur oben ab. Alles klar, okay. Ein Ei. Ein Ei. Okay, ich schätze mal, wir müssen als erstes den Superkleber machen. So. Ich denke, wir müssen zuerst den Superkleber hier rauf machen. Dann die Antennendinger hier alles. So. Das Ei. Dieses Ei sollte bald gekocht werden. Es riecht schon streng. Müssen wir das irgendwie... Hm. Machen wir Superkleber erstmal hier rauf. So, dann hätten wir das gemacht. Vielleicht können wir das Ei auch irgendwie hier so in die Nähe packen. Und ans Badezimmer vielleicht. Oh, nein, 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 nein. Wo die... Oh, geht. Ui, 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 ui. Okay, machen wir jetzt die Fernsehantenne. Das Furzkissen. Das Ei vielleicht. Die Mikrowelle. Nein. Okay. Okay, okay. Die Mikrowelle. Da können wir das safe drum machen, oder? Ich denke schon. Ich denke schon. Ach, Mensch. Okay. Hier haben wir schon mal den Superkleber. Schaffe ich das noch? Naja, nee, schaffe ich das nicht rechtzeitig. Warten wir mal nochmal kurz. Ja, okay. Also Superkleber auf die Dings, auf das Fernenglas, wäre ein Streich. Das wäre das zweite mit dem Ei in der Mikrowelle, dritter Streich mit dem Furzkissen und vierter Streich mit der Antenne. Alles klar. Ich denke mal, das ist doch die beste Reihenfolge, weil er hier halt ein bisschen lange chillt. Wenn wir da das alles zuerst machen würden, dann wird das, glaube ich, alles zu lange dauern. Dann geh ich schon mal hin. Wurde, geh schon mal hin. Komm an. Okay. Okay, schon mal das Furzkissen machen. Streich Nummer eins. So, okay. Okay, sehr geil. Jetzt können wir uns in den Schrank chillen. Und Streich Nummer zwei. Sieht aber auch geil aus, ne? Nice, wir haben den Bonus bekommen. Sehr gut. Wir müssen nicht nur alle Streiche spielen, wir müssen sie auch in der richtigen Reihenfolge spielen, damit wir halt immer den Bonus bekommen von jedem Streich, ne? Gehst du ja Bescheid, Leute. Und der Bonus ist sehr gut. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich noch irgendwie, jo, 25% halt durch den anderen Streich und die 3% Bonus. Ja, 25% und die Leiste ist voll, 3% Bonus. Sehr geil. Folge 1 komplett. Machen wir Folge 2. Achte auf die Gedanken des Nachbarn. Sie zeigen an, wohin er als nächstes gehen wird. Okay. Ähm. Der Fernsehnachmittag heißt die Folge. Okay, wir brauchen 55%. Es gibt sechs, sechs Streiche. Okay, alles klar. Wie jeden Sonntag macht es sich der Nachbar auf dem Sofa vor dem Fernsehapparat bequem. Da darf natürlich auch das obligatorische Bierchen nicht fehlen. Immer wieder stapft er zum Kühlschrank, um sich Nachschub zu holen. Wie soll Wodi es dann nur schaffen, ihm möglichst viele Streiche zu spielen? Kommt Zeit, kommt Rat. Und denkt Wodi und schleicht sich beim Nachbarn ein. Alles klar. Ich bin gespannt. So, natürlich können wir wieder in die Kommode. Oder an die Kommode. Und wieder in den Medizinschrank. Eine Säge. Okay, dafür müssen wir... Alles klar, wahrscheinlich ansägen hier. Abführmitte müssen wir dann schätzungsweise ins Bier packen. Ja, denke schon. Gucken wir mal in den Kühlschrank, was wir da alles finden. Jetzt war es das eigentlich auch schon, ne? Wieder nur das Ei. Okay, wieder Mikrowelle definitiv dabei. Apfelmitte müssen wir ins Bier. Äh... Hier haben wir sonst... Ach, das Klopapier haben wir hier noch. Okay, Klopapier. Okay, den Fernseher können wir auch wieder machen. Alles klar, dann hätten wir schon mal... Ein Streich. Zwei Streiche. Drei... Drei... Vier... Irgendwas mit dem Klo dann. Wäre irgendwie fünf. Nee. Hm. Komm, gibt's da was, die Leertaste? Nee, ne? Nee. Dass man die Objekte angezeigt bekommt, die man irgendwie... ...nutzen kann. Wahrscheinlich kann ich wieder... Oder kann ich das Klopapier noch irgendwie... ...mit irgendwas verbinden. Vielleicht hier so mit dem... ...faulen Ei. Nee? Kann ich das aber noch machen. So, dann wäre der erste Streich... ...schon mal komplett. Können wir hier... ...die beiden Sachen... Oh, lol. Wie lange dauert das? Okay. Haha. Das dauert länger als erwartet. Holy moly. Ähm. Was machen wir mit dem Klopapier? Kann man da irgendwie... ...weiß nicht. Reicht das, wenn wir es einfach weggenommen haben, so? Äh. Nee, da haben wir schon... ...das Bier... ...Abfühlmädel... ...da-da. Ah, ich bin ein wenig verwirrt. Hm. So, okay. Ich versuch's jetzt nochmal ganz fix zu machen hier. Hm? Hm? Was ist das... ...echt lange dauert? Holy. Alter, wie lange das dauert? Nein, okay. Äh. Aber wir haben doch wieder drei Leben wahrscheinlich... ...oder so, ne? ...wird ganz gern wissen, wie... ...nein, was? Aber wir können gar nicht getroffen... Okay. Wir dürfen gar nicht attackiert werden, sag ich mal. Alter, Vater. Okay, dann muss ich den Streich... ...wohl als erstes spielen. Oder? Oder ich muss den machen, während er gerade... ...das Bier trinkt. ...dass ich den... ...dass ich die beiden Streiche zuerst mache. Dann trinkt dann nämlich das Bier... ...brennt hier runter oder so. Dann mach ich mal erst mal nur den Bierstreich. Mal sehen, ob das reicht. Vielleicht auch noch das Ei. Aber... ...obwohl ich mir vorstellen könnte, dass ich das Ei dann brauche. Ja, das Ei brauche ich später, glaube ich. Oder muss ich später machen, schätze ich. Das muss ich später machen. Und das Klopapier habe ich vergessen. Das kann ich noch holen. Hm. Ich muss hier das Klopapier auch irgendwie mit der Pflanze oder so? Ne, das geht auch nicht wahrscheinlich. Ne, es ist alles... ...alles, wo man hingehen kann, zählt nicht. Man muss es schon betrachten können oder nehmen können tatsächlich. Dann kann man irgendetwas damit machen. Aber sonst... So, dadurch, dass wir ja gleich kein Klopapier haben, ne? Jetzt kann ich schon mal hier... Zack. Bäh! Jetzt geht er unten lang zum Bier. Sehr geil. Ha. Hätte ich das Klopapier auf den Boden legen können? Auf die Pflanze? Hm? Äh, ich habe auch noch drei Streiche. Klopapier mit dem Boden. Ab für Bier würde auch nicht gehen. Die Mikrowelle. Ich versuche es gleich noch mal. Mit dem Fernseher oder so? Ich bin sehr verwirrt gerade, womit ich das Klopapier benutzen muss. Oder hier irgendwie doch? Ach was. Ach was. Okay, 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 dann habe ich aber schon die Reihenfolge geschafft eigentlich, ne? Ach man, okay. Das ist natürlich jetzt... Das ist jetzt natürlich doof, dass ich... Komme ich aber auch nicht drauf, so. Klopapier mit der Toilette zu benutzen, alles klar. GG. So, können wir jetzt von Anfang an schon machen, ne? Ja, genau, okay. Haben wir eh noch Zeit, ne? Okay, wir haben die Pillen. Didi-dim-dim, didi-dim, 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 didi-dim. So, ins Bier. Kühlschrank, das Ei holen. Ja, wir müssen das Ei erst später machen, weil sonst ist da, glaube ich, zu viel Zeit zwischen, oder? So, zwischen denen dann im Endeffekt von hier aus. Komplett wieder hoch bis nach dort. Das ist, glaube ich, zu viel Zeit. Ich glaube, das... Ja, doch. Ich glaube, es ist gut, wenn wir das in der Reihenfolge machen, wie ich es jetzt gerade vorgesehen habe. So, haben wir Biervorrat, geht auch nicht leer, ne? Fehlt nie im Bier. Also, so, 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 weiß ich nicht, Zauberbier oder so. Okay, wir haben schon mal den Bonus bekommen, auf jeden Fall. Jetzt geht er sich ein Bier holen. Nein, das geht zeitlich niemals, oder? Hä? 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 Ja, doch, haben wir den Bonus bekommen, oder wie? Ich glaube, wir haben gerade den Bonus bekommen. Okay, Bonus. Das gibt jetzt niemals 25 Prozent, die letzte. Oh, Leute. Mensch, 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 Mensch. Doch! Oh, Leute! Bam! Easy! Okay, sehr nice. Aber ich würde sagen, das war es mit dieser Folge, Leute. Wir haben gerade sehr viel Zeit in diesem Level verbracht, ne? Ach, Mann, ne. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, bewerte den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal mit der Geburtstagsfeier wieder. Haut nur rein! Verrückt? Let's... See, her... Here I... Eine... ly... In... 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 Bis zum nächsten Mal.